Es folgt ein Band-Werbespot zu Band des Jahres. Für den Inhalt des Band-Werbespots ist allein die Band verantwortlich. Der Sender ist zur Ausstrahlung dieses Werbespots verpflichtet. Alter, gehst du eigentlich zu Band des Jahres? Keine Ahnung, Alter, wir spielen da. Ich glaube, Hansel oder so. Alter, ist das nicht Hansel? Die Band mit dem kleinen Kopf und so ein Gesicht und so. Ja, genau. Alter, der ist voll geil. Alter, geh ich hin. Cancel die Band am 6.11. Mein Band ist jahres. Komm in und ich werde sauer. Blah.